ja und damit halli hallo hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von atlas ja vorhin sind wir in die andere richtung gelaufen jetzt laufen wir in die richtung weil mir kamen da als ich die aufnahme kurz pausiert hatte kamen mir da auf einmal zwei kubras entgegen deshalb bin ich in andere richtung gerannt war ich sehr schnell ja wir schauen uns die andere richtung mal an da ist doch sehr dunkel wird langsam und ich habe keinen bock drauf zu gehen ich bin immer bereit den speer zu zücken aber zwei kubras ja die waren mir dann doch ein bisschen zu schwer also ich hatte an so ich wollte jetzt keinen großartigen kampf starten ich wollte mich einfach noch ein bisschen umgucken gucken ob wir hier für einen wasserfall haben oder see das perfekte tüpfelchen halt ne das kann man vor allem bei ja mal auf jeden fall paprika das kann man bei dunkelheit natürlich immer am besten beurteilen ja das gewisse tüpfelchen da ist das ist auf jeden fall eine statue hier eine eine aber was für eine riesige all das schwede aber es ist nicht dass die tüpfelchen dabei freunde sehe ich jetzt schon also ich glaube nicht dass es da wirklich was gibt wo ich sage das ist es das da möchte ich ein zu hause bauen deshalb begeben wir uns nun wieder auf unser flößchen und dann werden wir darüber segeln auf diese insel und werden da noch mal gucken und wenn da nichts ist dann werden wir weiter gucken auf die 7 und vielleicht dann da ja das perfekte insel ein finden aber das ist halt definitiv nie die insel mit dem tüpfelchen die fehlt halt ne hinten läuft irgendwas alpha mäßiges aus wie ein alpha schwein wieder hoch springen da kommt kommt schon spring hoch auf dein fluss aller schwede für die nicht dass sie kalt wird hier wir machen mal eben halt das feuer anderen kann auch das mal fleisch hier brutzeln was wir hier schon alles wieder gesammelt haben meine eine pack mal hier mal eben kurz das zeug rein dass die kamera auspacken wenn wir rein das können wir rein das können wir rein dass das das davon kann man auf so viel stocken okay die bären hier können wir mal kurz raus das ist wieder andere arten von bären ein dann haben wir hier noch kurz die fackel und wir eben auch mal reparieren hier noch kartoffeln kann ich die nicht auch fleisch hatten wir hier drin vergammeltes fleisch ganz ehrlich was soll der geiz mehr genug wir bekommen auch genug jetzt müssen wir gucken die andere insel dies war drüben natürlich waren bei nacht und ohne wind das ist wieder super das ist wieder super ne oder so mal gleich nach d7 hoch da hätten wir bestimmt wind ich fahre jetzt einmal hier rum und dann links kommen wir fahren gleich hier nach d7 hoch dann schauen wir uns diese erste insel da auf d7 an dann verzichten wir auf diese eine insel da können wir uns dann im notfall noch angucken wenn wir uns dazu entschieden haben doch auf der insel hier rechts zu bauen weil wir die insel mit dem i tüpfelchen nicht gefunden haben wie oft habe ich das eigentlich gesagt die in die mit dem i tüpfelchen in den letzten folgen also der in der vorigen folge der folge jetzt ich glaube oft genug ich lege schon die kommentare du hast also einmal zweimal dreimal viermal fünfmal 20 30 40 100 mal also dieses wort gesagt die tüpfelchen die insel mit dem i tüpfelchen ja da weiß man dann auch immer habt ihr mir zugehört was ich rede ne wenn ich jetzt sagen würde hey leute ne schreibt doch mal in die kommentare wie oft ich jetzt in der letzten und in dieser folge zusammen ja das wort mit dem i tüpfelchen gesagt haben die insel mit dem i tüpfelchen wie oft habe ich es gesagt schreibt sie doch mal in die kommentare wie aufmerksam schaut ihr meine eine let's plays oder mutige die einfach und schaut nur oder schaut ihr die hälfte und dann gar nicht mehr ich bin mal gespannt ich bin mal gespannt schreibt mal rein kini sitzt hier und guckt mich an und sagt oft sehr oft und du solltest mir langsam mal was zu fressen geben ich habe hunger ich habe immer hunger ganz viel hunger so wir haben es gleich geschafft dann sind wir einmal rum das blöde ist nur ich kann nicht sehen ein bisschen drehen haben wir hier schon mal besseren wind in die und dann müssten wir eigentlich auch jetzt ja wir müssen so wenn wir so weiter segeln müssten wir perfekt drauf zu segeln und wir haben ein bisschen mehr wind wie wenn wir jetzt da noch rüber segeln und dass die andere insel anguckt muss ja auch nicht unbedingt sein oder freunde reicht dass ich bei nacht segle mit nicht so viel wind ja das ist schon das ist schon schwierig genug ja also die insel da rechts gucken wir uns jetzt nicht weil wir haben eine relativ sternenklare nacht ist ein paar wolken am himmel hat düstere dunkle wolken aber ich hoffe die bleiben und verschwinden nachher wieder und entwickeln sich nicht einem unwetter oder sowas das wäre anders schade und mein kater könnte wirklich mal langsam vom bildschirm weg gehen das ist ich guck so halb so halb bei den bei den kater drüber er will sich gerade auch nicht wirklich hinlegen bin immer dabei immer bei fast jeder aufnahme ist er dabei nicht bei jeder es gibt auch aufnahmen deshalb gar nicht dabei da chillt da irgendwo anders aber das sind dann meistens die aufnahmen die ich entweder ganz früh morgens aufnehmen oder die aufnahmen die ich dann abends aufnehmen nachdem die katzen schon gefressen also ja wenn ich so mittendrin aufnehmen nachmittags da ist finde ich immer am start weil da hat man ja hunger da muss man frauchen ja rechtzeitig daran erinnern dass bald 18 uhr ist weil um 18 uhr gibt es ja dann auch bald essen und es ist egal ob das vier stunden vorher ist ja oder zwei stunden oder eine stunde das ist ihm egal hauptsache er erinnert mich rechtzeitig dran damit ich nicht vergesse dass er ja hunger hat da kam die antwort da aber ich habe meine katzen meine tiere mein hündchen ich liebe meine tiere über alles kommen erst kommen meine tiere und dann kommt der mensch sage ich euch ganz ehrlich das ist das ist so und das wird sich feicheleinheiten abert mich hier gerade voll und währenddessen beobachtet der mogli der im hintergrund muss ich ein bisschen versuchen zu beobachten ich habe mir auch schon sehr oft vor dass finn aus Versehen irgendeine taste gedrückt hat während ich gespielt habe ja zum beispiel früher auf den ama oder in gta ja dass er auf eine taste kam so und du springst aus dem auto raus f taste meistens bei ganz vielen spielen ja oder du hast mal geschossen obwohl du gar nicht schießen wolltest in pubg oder bis gesprungen obwohl du gar nicht springen wolltest es ist ein streaks solche spiele halt öfter mal da sind einfach mal öfter dinge passiert wo man ja wohl nicht unbedingt angenehm waren sagt man mal so ne da gibt es auch einige highlights auf meinem auf meinem kanal also anschauen lohnt sich definitiv wenn man immer so bisschen scrollt sich mal so guckt da gibt es einige lustige dinge insofern sie nicht von youtube gesperrt worden sind weil manche videos wurden einfach gesperrt oder gelöscht von youtube ist ja momentan auch ganz ganz schwierig auf twitch viele dinge darfst du nicht mehr viele dinge sollst du nicht mehr was auch gewiss in gewissen maßen ich finde das auch gar nicht so schlecht dass sie da dass sie da langsam so ein bisschen drauf achten so dass man halt jetzt nicht wirklich dinge benutzt die vielleicht der hersteller lizenziert hat oder so was man hat wirklich anfragen muss bevor man gewisse dinge tut aber und jetzt kommt das große aber bei mir ich finde es halt teilweise echt ein bisschen zu hart und ein bisschen zu dolle übertrieben also man kann es auch übertreiben und das ist halt schon vor allem ich finde es sehr schade das hat auch viele streamer ja vor allem halt viele kleinere streamer ja es ist halt auch oft so dass bei größeren streamern da wird einfach drüber hinweg geschaut da wird geguckt ach der hat über 5000 zuschauer ist doch uns egal da ist in ordnung da kannst du machen so macht ja schließlich ne aber so kleinere streamer ja da wird halt sofort ein strike oder du kriegst halt direkt ein bann oder keine ahnung wo ich mir da manchmal denke so warum ja es ist halt einfach traurig was aber dass halt viele streamer jetzt auch gezwungenermaßen ja ihre clip funktion zum beispiel ausschalten ja wie gerne habe ich immer geklippt wie gerne klippe ich bei meinen bei meinen lieblings streamern highlights dinge die die einfach passiert wo man wo man sich dann gerne mal wieder zurück erinnert mal mal wieder drüber lacht was hat der denn wieder gefällt wie geil wie lustig oder so oder gewisse situation halt einfach und das finde ich schade dass das halt dass man halt dazu gezwungen wird aufgrund von dem ganzen scheiß der halt abgeht auf der einen seite ist es gut das halt gewisse dinge einfach nicht für jeden frei zugänglich sind aber auf der anderen seite ist es halt einfach auch scheiße vor allem verstehe ich nicht ja zum beispiel nehmen wir jetzt mal an amazon gehört ja twitch so und es gibt ja ganz ganz viele leute ja die amazon prime nutzen auch viele streamer die amazon wieso kann amazon nicht sagen hey wir machen lizenziert ja wir lizenzieren die musik die wir euch auf amazon prime anbieten ja ihr bezahlt ja schließlich dafür ja lizenzieren wir euch da dafür dass ihr die zum beispiel in eurem stream nutzen dürft oder gewisse spiele ja die ihr dafür nutzen dürft die ihr streamen dürft wo ihr den content also die musik es geht ja oftmals nicht nur um die musik die du spielst sondern es geht auch oftmals um das spiel das du spielst die musik in diesem spiel oder gewisse aussagen in diesem spiel stimmen in diesem spiel die einfach lizenziert sind ja die du nicht nutzen darfst also wo du eigentlich komplett den ton rausnehmen müsstest damit du dieses spiel überhaupt streamen darfst wieso wird das nicht so angeboten ja es gibt ja auch viele streamer die sagen ich hasse es wenn ein streamer musik anhat ich mag das nicht unbedingt ich brauche nicht unbedingt die musik klar wenn mir dieses spiel gefällt dann gucke ich mir das auch an wenn ich den streamer mag mit der musik aber ich brauche nicht unbedingt die musik im hintergrund ich brauche sie nicht mich stört das sogar meistens aber ich schaue es mir dann trotzdem an aber die musik interessiert mich nicht ja aber es gibt ja auch viele streamer die machen das ja schon automatisch weg also die wie sagt man das die tun die musik halt wenn die sagen hey ich kann einfach nur mit musik gewisse spiele mit musik spielen ja dass sie dann halt das so machen dass sie das hören aber der zuschauer hört es nicht sondern du hörst halt nur den spiel sound und den streamer reden so ne das gibt es ja auch ja aber manche sagen einfach scheiß drauf ja ich mach trotzdem meine musik sollen sie es mir halt muten oder sollen sie es mir halt weg machen so keine ahnung ja aber es geht halt schon relativ weit und ich verstehe halt nicht warum es da dann nicht gewisse möglichkeiten gibt und die gibt es es gibt genug möglichkeiten die man machen kann ich habe euch da gerade ein davon genannt ja warum macht man nicht sowas warum gibt man den leuten da nicht die möglichkeit hey wir können das angucken und jeder der amazon prime kunde ist ja ähm der kann das halt dann nutzen ja weil dann habe ich ja dafür bezahlt ja oder den leuten zum beispiel eine kleine möglichkeit bietet hey wenn ihr auf twitch unterwegs seid ja und wenn ihr auf amazon unterwegs seid ja also beides brief field isle ja warte mal ich mache mir vorher aus ähm wenn ihr amazon prime kunde seid oder wenn ihr jetzt bei bei twitch registriert seid ja dass man dann halt sagt hey wenn ihr unbedingt ähm musik haben möchtet musik spielen möchtet musik hören möchtet bei eurem lieblings streamer ja das ist immer nur so eine kleine funktion einfach wo man sagt hey wenn du bei twitch dich registriert hast ja ja und noch ein oder halt ein bisschen ein kleines kleine zusatz noch hast ja dass du dann einfach diesen streamer ähm tappen kannst also was du ja immer noch kannst du suchst du ich rede gerade durch noch ich blick's gerade selber nicht was ich eigentlich sagen möchte so ich fange nochmal von vorne an ja wenn zum beispiel amazon sagt hey ja alle streamer die amazon prime haben und nutzen ja ähm können musik abspielen und das völlig lizenzfrei ja in ihrem in ihrem stream ja und dass man halt vielleicht auch gewisse funktionen dann in der hinsicht einbaut dass wenn dieser streamer also jetzt musik spielt dass er dann halt was bestimmtes anklicken muss auf twitch ja dass das dann nur woher leute zum beispiel ähm ähm schauen können oder hören können ja die bei ihm sap sind zum beispiel ja es wäre es wäre jedes jedenfalls mal ein anfang ja meine es muss ja nicht immer so sein aber es ist halt mal ein anfang den man machen könnte weil ich bin ganz ehrlich ja ich brauche halt die musik nicht aber manche leute manche leute mögen halt die musik dann und gucken sich dann die musik an oder so ne äh wollen musik haben aber ich sag wenn ich musik haben will dann kann ich den streamer gucken kann eben bei meine musik laufen lassen also bin ich ja gezwungen dem streamer seine musik zu hören ähm aber es wäre halt schon mal ein anfang oder dass man halt hey darfst das spiel und das spiel streamen mit musik ja weil du bei uns amazon kunde bist warum geht es mir halt so das finde ich halt das wäre mir zum beispiel halt wichtig weißt du dass dass man halt spiele streamen kann ohne sich überlegen zu wissen muss ich da jetzt anfragen auf die lizenz dass ich das streamen darf oder kann ich das so streamen naja da streiten sich die geschlechter da streiten da kann man sich glaube ich ewig lange drum streiten oder seine meinung preistun im endeffekt können wir daran eh nichts ändern ja wir müssen es so nehmen wie es kommt ja wir müssen ähm halt unsere konsequenzen dann draus ziehen damit halt nichts größeres passiert man keinen band passiert oder strikt dass man dann irgendwann gebannt wird ja und dann hat vielleicht nie wieder streamen darf oder man ärger bekommt und hohe strafen bezahlen muss weil du dieses spiel unbedingt gestreamt hast ja ähm oder auf youtube gezeigt hast ich denke da muss jeder für sich ähm entscheiden wie er das macht was er da tut und ich hoffe dass da bald wirklich eine lösung kommt mit dem alle zufrieden sind wo man auf jeden fall wird die clipfunktion wenigstens bei twitch einfügen kann ohne dass man angst haben muss hey man wird dafür gestriked oder gebannt weil da ist ja ein kleiner ausschnitt aus einem musikinhalt zu sehen der zu hören der jetzt lizenziert ist und oh gott ich darf das nicht ja weil könnte ja und so ich denke versteht da was ich meine ihr wisst was ich meine ihr könnt gerne in die kommentare schreiben ihr könnt gerne diskutieren ihr wisst ich habe damit kein problem ja solange es ein hate ist solange nicht beleidigt wird oder irgendjemand fertig gemacht wird ja in diesem sinne das ist nicht die insel gefällt mir nicht da ist schon wieder zu weit und zu lange muss ich laufen und ich glaube da ist auch kein wasser drauf so wie das ausgesehen hat deshalb fahren wir direkt weiter hier und schauen uns um aber all das seht ihr dann in der nächsten folge von atlas vielleicht finden wir da ja schon unsere traum in die traum insel mit dem tüpfelchen ja bis dahin haut rein macht gut tschüsschen jetzt stog leer ich mich auf einen